hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf den kleines hessensträuchensurfer wir sind jetzt hier in der paketstation der paketstation im flughafen manchmal habe ich echt so probleme mit der aussprache so ich würde sagen hier oben kommen die koffer entlang von den check ins videos aussieht dann werden die hier sortiert hier fallen die runter nein wir können natürlich die fahrzeuge dann hin und werden dann ja eingeladen ist auf jeden fall cool gemacht so bekommen wir hier bekommen wir einmal nach oben und einmal unten ich würde sagen wir gehen erst mal nach oben gucken was uns oben außerhalb des jama ich habe jetzt endlich mal ein foto von unserem flugzeug von vorne oder von der seite ich weiß nicht genau ich finde die turbine hinten ein bisschen too much oder haben das die ich fliege halt sehr selten ist sehr selten ist schon vorsichtig ausgedrückt nie ich bin früher als kind mal geflogen nur zweimal und das war es dann auch so die sehen wir die ganzen gebäude drumherum das sieht aus wie ein großes hotel hier so flyway hotel das ist ein großes parkhaus wie es ausschaut hallo ja das haben wir ein parkhaus da steht dann schon direkt dort und wer auch immer mit dem traktor zum flugplatz fährt aber naja foto von wir brauchen ja immer mal ein paar fotos weil ich am liebsten immer so zehn stück auf einmal nehme erziehen stück vier stück auf einmal wo mts datei browser findet ihr eine png welche u-bahn kev 80 heißt bitte lesen super sache okay bestimmt für die leute die dauerhaft auf den server sind weil du mal musst du ja im rpr ts auch anmelden das sieht ja mega cool aus ich komme hier kann ich alles voller bilder machen mit den dingen wie machen wir das hier so sind ich spürt dass das wetter so schlecht ist ja noch ein hubschrauber noch ein poppeller flugzeug und noch ein poppeller flugzeug und noch ein poppeller flugzeug was ist denn ach so das sind so schiebetor deswegen ist das so gemacht alles klar so laufen wir mal den weg entlang wir haben noch eine halle links aber kurz rein jetzt nichts drin ja und eine poppeller maschine das blöde ist selbst wenn ich meine sichtweite jetzt erweitere weil es ja bei dem flughafen echt praktisch schwer bringt das glaube ich nichts hat und hat einstellungen grafik sichtweite 40 und 21 und einstieg speichern ok wird halt wirksam erst wenn wir das spiel neu betreten ja wir zu einer riesen rollbahn ich so viel karten noch das ist nicht gerade noch so ist der tower deswegen laut hier so will durch klein kann die dunkel ja auch schön ich glaube hier ist auf jeden fall nicht was ist denn da hat er landet gerade ein flugzeug das ist sehr cool entschuldigung hierher elefant meinen dass diesen immer gleich zimperlich sind also landen das luxe geht schon cool aus durch die nebel also ich möchte trotzdem war noch ein foto war ja hat aus soll wieso foto folgt sind so wir gehen jetzt hier die landebahn war fix entlang und versuchen auch mal den tower zu finden zu überlegen ja gut alles klar das sollte so ungefähr hinhauen so ist natürlich immer doof wenn er so weitläufig gebaut ist dann war laufig hier watsche ich hier um ihr guckt wie ich hier rum watsche weil die landebahn ist natürlich jetzt nichts so besonders gebaut ist sind ein paar weiße streifen drin aber wir suchen ja gerade den tower ich hätte gerne mal besseres wetter hier ist übrigens auch nicht der tower wir haben noch ein flugzeug stehen es ist jetzt schon in der an der glas von hier oder was das denn hier auch ich glaube wir haben den tower gefunden falls er es ist sieht zwar relativ stylisch aus für neum also altmodischen was auch immer teuer wie komme ich da rein hier sind übrigens löcher höhlen direkt der 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 flughafen ist direkt unter dem ort und man kommt hier gar nicht rein das ist aber doof wenn ich den flughafen habe ohne also ein tower am flughafen wo ich gar nicht reinkomme aber wir haben ja noch den anderen gang unterirdisch müssen wir mal gucken wo der führt so hier ist auch nichts drin da steht noch ein flugzeug und hier ist glaube ich wieder die große glashalle okay da müssen wir also mal unten lang gehen vielleicht kommen wir da irgendwie als vorahnung da irgendwie ein ist aber auch nichts aber ich glaube fast den flughafen durch herrlich und dann haben wir gerade erst mal die hauptstraße abgelaufen da gibt es die ganze straße eine andere richtung und die richtung die richtung noch und vor allem haben wir die ganzen nebenstraßen nicht angeht so ist wie gigantisch ist das hier alles so ja noch mal einmal ich bitte diese nachladungen zu trinken das ist leider wenn ihr so viele bilder wenn ihr so viele bilder drin sind dann fängt das an so nachzuladen weil die natürlich alle erst was ich verarbeiten muss erinnern muss okay kommen wir ewig erst mal gerade aus es könnte wirklich sein dass das hier so ein unterirdischer gang ist zu den tower mal gucken okay wir kommen erst mal hier ach großartig ist das endlos lang also auf jeden fall auf dem rückweg gehen wir nicht den weg zurück wir teleportieren spawnen und so ein scheiß hin weil das ist ein bisschen crazy crazy ist das so endet dieser turn jetzt auch mal ich hatte jetzt die hoffnung dass hier tor ist aber hier ist ende im gelände hier geht es schon mal nicht weiter kommen wir hin achte wer baut denn sowas ich glaube im tower zutritt nur für personal und das sind wir ja wir gehören mit zu dem personalisierten personal des der wischen dürfen wir diese große spindeln hoch und ich komme vorher wieder auf dem klavier wenn wir jetzt erzählen dass das personal je täglich hoch und runter rennt wenn sie ihre ihre aufgaben erledigen muss hat sie schön ausgegangen also ich sehe noch nicht mal ist doch ich sie ein flugzeug aber dadurch dass neblig ist achten wir heute einfach nur aufs radar vor den fliegern her sieht schlecht aus und da könnte gefahr auftreten natürlich nicht jüngst die sonst immer arbeiten natürlich alle im griff noch hier noch mal so ein schönes bild picture picture 5.396.000 jetzt soll ich sagen machen wir mal das hat wieder an gehen mal ins journal und eins ist bom ich will jetzt erstmal noch mal von vor in die andere richtung gehen schuldigung ich wusste kurz mal gehen und da mal gucken wo wir da hinkommen es war t slash tp j 1 so soll sind wir nämlich wieder am spawn da können wir es hat auch wieder an machen wir sind da sind wir sind hier die hauptstraße lang aber jetzt zum mittelalter ist nicht lang genau wir sind die richtung also könnten noch die und die wo kommen hin mehr kriegen mein ressourcen sind aber ich will nur sehen wie das aussieht einfach hier unten hin oder was ach du grüße gott hallo oh gott ach ja so haben die das gemacht es gibt schon mal eine zuglinie ohne zug alles gut die frage ist wo komme ich jetzt hin wenn ich einfach mal in der laufe also sie haben da quasi wahrscheinlich so viele ärzte wie unendliche ärzte irgendwie hingestellt dass du einfach nur abbauen kannst die frage ist nur wo wir hinkommen ach großer gott wo sind wir hier denn jetzt hallo eh eh oh ich iller mal durch den boden aber hier ist der tunnel den wir reinturisch runtergelaufen werden der ist ja im endeffekt hier quasi wenn wir hier irgendwo rausgekommen hier müssen wir rauskommen mit einem irgendwie ne genau hier geht es einfach nur weg hoch ach du kurzer das ist einfach viel zu gigantisch ich würde gerne die diese mit einfach mal auf einer map haben habe ich eine map ich habe eine map ich habe eine map ach du große dicke neule guck dir an wie groß gigantisch das ist hier bin ich übrigens gestorben hier ist der flughafen aber wir haben den flughafen anscheinend vollkommen erkundet mit landebaren sogar krasser scheiß also hier haben wir natürlich noch die hälfte nicht erkundet aber ich war nie wir sind jetzt hier achte geht der tunnel hier unten drunter anscheinend wo auch immer wir jetzt sind da 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 soo gucken wir mal hier weiter ok kommen wir nicht über das sieht aber aus wie so ein gigantisches einkaufszentrum hier ne finde ich jetzt oder eine fabrik könnte es auch sein amazon hat sich hierhin postiert in rising world und verschickt jetzt weihnachtspakete auch in rising world wo ich das eher als fabrik einschätzen würde das würde auch das eisen passen dass der quasi das eisie das eisie das eisie hier drin ist das feine eisie soo warte mal wo kommen wir jetzt lang hier rechts links rechts hier würden wir einen hänger 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 kurz warten jetzt haben wir es wieder oh ey jungs die musik kann ich jetzt gerade gar nicht brauchen ähm was gibt es hier habe ich irgendwie mit dem kompass an oder so komisch ich mache mir das hat aus es ist schöner ohne hat das sind irgendwelche steinarten ok jetzt nach oben noch weiter nach oben noch weiter nach oben im festzuständnis nix ist außer im badezimmer nee nö ich möchte spannende sachen sehen wann das kann ist was zum selbst ausprobieren ich bin echt begeistert wenn ja der strom reinkommt weil man das ja alles irgendwie automatisieren könnte das wäre mega cool mega so jetzt kommen wir nicht drüber univers ach das ist doch ärgerlich So Was haben wir denn hier noch für Riesengebäude Das sieht alles so noch nicht fertig hier aus Hier sind wirklich nur neumodische Gebäude Und ja Mehr ist da noch nicht Was da drinnen mal entstehen soll Das steht noch nicht fest Hier haben auf einmal ganz viele Bäume drin stehen Hier hat die Straße schon aufgehört Hier fehlt also noch ein ganzes Stück Straße Also auf jeden Fall Einiges zu tun hier auf dem Server Es können übrigens 64 Spieler drauf Sind aber nie Vielleicht am Wochenende mal Ich nehm glaube ich immer so zu unchristlichen Zeiten auf Was haben wir da drüben noch Ich geh mal kurz noch runter schwimmen Mal zu gucken was da drüben ist Okay Ich guck nicht was da drüben ist Weil ich guck gar nicht hoch Okay pass auf Dann machen wir uns da folgendes Dann T Slash TP1 Ach Hier haben wir wieder Luft Und dann gehen wir mal den anderen Weg lang Das könnte natürlich sein Wir dürfen nicht links abbiegen Das ist wichtig Ist hier Wasser? Ach ja Schöne guck So Aber ich glaube ich hab grad gesehen Dass hier unterirdisch eine Kanalisation ist Ach du großer Gott Das ganze Ding ist auch noch unterirdisch kanalisiert Wie nennen wir das? Kanalisiert? Kana Ich hätte gesagt kanalisiert Ah ok Hier kommen wir nur links Dank Da müssen wir also nochmal zur Mittel Aber stopp Hier sind ganz schön viele Schilder Ach großer Gott Baustelle oder was? Hier können demnächst Ihr Rohr liegen Blinde bitte geradeaus Danke Werte Gefährdeten Aufgrund der Kürzung Sparung wie Schilder Vorsicht bitte Betreten der Baustelle verboten Eltern haften für ihre Kinder Das ist ein typischer Spruch Achtung Baustelle Fußgänger bitte Andere Straßenseite benutzen Ok Hier sind gerade Rohrarbeiten Für die Kanalisation Die anscheinend unten drunter ist Das ist echt krass Was sind wir denn? Jetzt auch noch mal Ich will mal kurz auf die Geht ja gar nicht Mehr gucken Ja da waren wir gerade eben Dafür jetzt also nur den Weg hier rüber Und da unten geht es auch nochmal Den Weg lang Ach du Grüße Gott Das ist gigantisch Wir haben noch nicht mal die Hälfte gesehen Glaube ich Und die ganze Uns fehlt noch der Weihnachtsmarkt Der Mittelalter Zeugs Fehlt uns alles Ohi 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 Das bin ich hier voll vor die Vor die Vor den Tisch gefahren Nennt man das so Aber hier stand auch irgendwo Er stand ja nicht irgendwo Mittelalter Da müssen wir den Weg ja doch nochmal lang gehen Weil hier steht ja Mittelalter Ich sehe ja nichts Ich vergesse es immer wieder Weil Mittelalter war das hier nicht Da müssen wir auf jeden Fall die Straße Mal nochmal lang gehen Leider Was ist das denn hier? Oh da sehe ich wie viele Spieler unten sind Zwei Ich habe übrigens einen sehr guten Ping Ich sehe gerade Warum auch immer Ich habe einen mega Ping Könnte zur Zeit an der Internetleitung liegen Oder weil ich gerade nebenbei was hochlade Kann natürlich daran auch liegen Dann mache ich mir mal eine andere Musik an Apropos andere Musik Ich sehe das gerade Diese Folge ist auch schon wieder zu Ende Wenn euch das Video gefallen hat Wir werden auf jeden Fall noch Vielleicht mindestens noch eine Folge Auf diesem Server bleiben Wenn euch die Folge gefallen hat Dann lasst gerne einen Daumen da Und ich würde sagen Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Von Rising World Wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Abo und ein Daumen da So wie ich es gerade gesagt habe Schreibt gerne in die Kommentare Wie ihr es findet Vorschläge habt Was diese Serverrundgänge sind Ob ihr nochmal irgendwas sehen wollt Dann kann ich das bis dahin nochmal verwirklichen Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge Let's play Rising World Macht's gut Bis dann Ciao